Hey! Nell, komm, wie mein Klo läuft über! Meine Tapeten! Kommt nicht in Freude! Wer ist mein Klo? Lassen Sie uns in Ruhe! Wir haben ganz andere Probleme! Meine Fauna! Aua! Was? Loslassen! Sie soll mich loslassen! Erst machen Sie mein Klo! Werne! Geh in die Kelle! Hilf Eckart! Und beruhigt auch her! Ja, Meister! Kommen Sie! Ich hab letzte Woche meinen Vordel mit runtergespült! Och, das haben wir gleich! Frau Glöhe, Nanu, da sind ja noch ganz andere Sachen drin! Ach, nee! Oh, ich glaub, ich hab ihn! Wie schön, Herr Röhrig! Nanu, ich, ich sitz fest! Das ist furchtbar! Mein Arm, ich komm nicht mehr los! Ich helf Ihnen! Herr Röhrig, was machen Sie denn? Sie machen ja alles schmutzig! Eckart! Geh, 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 geh! Herr Röhrig, bitte! Eckart! Werne! Ich sitz fest! Eckart! Werne! Wo bin ich? Eckart! Wo ist weit hier? Eckart! Werne! Meldet euch! Sag mal, redet ihr nicht mehr mit mir? Eckart! Kannst du mal gucken, ich hab da irgendwas am Kopf! Du, ich hatte auch vorhin Dreck am Mund! Und keiner, ich hab mich da! Er kommt wieder rauf! Gute Kühe! 5,8 Punkte, würd' ich sagen! Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Eine kleine Spende für den Meister! Jawoll, meine Damen und Herren! Aufgepasst! Da kommt er wieder! Das wird er diesmal zeigen! Ja, ein hervorragend ausgeführter Schlammlöhrer in Rücklage! Applaus! Äh, äh, alles klar bei Frau Hansen? Sag mal, habt ihr schon Mittag gemacht?